Die Fahrer dieser Autos haben das noch nicht so ganz verstanden mit der Technik, aber es folgt Abhilfe. Und zwar Anne-Julias Technikschule für Männer, die ein bisschen Nachhilfe in Technik brauchen. Ihr kennt das ja, mal wieder beide Hände voll. Aber bei Renault gibt es ja eine super Lösung dafür. Wie war das nochmal? Schweini, 11 Meter gegen Italien. Zack, den Ball kicken. Und genau so funktioniert das auch mit der Heckklappe. So einfach ist das bei Renault.